Das ist so blöd, hm? Ja, das ist schön. So, für die Zuschauer, da kurz auch hinterher nicht wegschauen, weil das wird nicht lang dauern, gell? Cool, hat sich so weiter so gut gemacht. So, die Teams sind bereit, Schiedsrichter sind bereit. Auf die Plätze, fertig, los! Oh, die ersten Papier sind in den Zeck, gleich nur den Friesen haben wir, ne? Nicht! Oh, das ist schön. Eine Uhr, super. Ugel! Ugel, geh mal! Ugel! Super! Ugel! Da haben wir natürlich schon mal die erste Ringzeit, ja? Ja, das werden wir gleich durchsuchen, doch. Ich mag's noch nicht voll, die Mama hat ja nicht auf Bühne. Mit 26,3 Zeilen die Schankmänner, gehört heute zu den besseren Elben der Tür. Ja, das ist der Baba, ja? Und der zweite Team, mit 30,32 die Dublin Highlander. Super! Bravo! One word, hm?